so dann ganz kurz und schnell also hier zehn stück von den ersatz schnüren auch direkt mit bestellt mädchen junge mann oder frau ist egal oder divers hier ist alle dabei an farben wenn die kids sich jetzt freuen oder gleich freuen wenn sie dann ihre farbe aussuchen dürfen und damit dann auch ja ihr jojo bestücken und personalisieren nahtlose übergang farbenfroh so soll es sein gehen wir rüber zum spin star schieben wir den schatter noch hier rüber und zwar jetzt haben wir hier auch wieder richtig ein richtig schönes farbspektrum also auch hier entschieden farbe zu zeigen und zwar haben wir jetzt hier das jojo factory spin star jojo in der farbe grün auch hier wieder geeignet für anfänger das heißt hier geht es dann aus und im bereich freistil jojo in also mit den tricks und ja wir haben auch direkt wieder die schnur mit dran also auch trägt spielbereit das finde ich super also jetzt natürlich auch kein aufwand das jojo nur zu bestücken aber wenn man natürlich sofort spielen möchte oder sofort die ersten tricks immer oma oder opa oder wer auch immer der arbeitskollege immer achte mal hier was jetzt wieder geht weil es ist ja wirklich so hat jojo möchte ich jetzt auf jeden fall hypen also dann auch wieder hier die schnur schon fertig und das läuft also auch hier richtig richtig cool richtiger eyecatcher da freue ich mich schon drauf das wird auf jeden fall der burner